Was heißt dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Käseschnitten mit Jinkundee. Das ist gut. Wie lange machst du jetzt für Musik? Ich habe angefangen mit der Musik, als ich in der 2. Klasse ging. Also 1968. Da habe ich angefangen, Musik zu machen. Ich habe dann ein Handohr gelassen. Dann habe ich angefangen zu spielen. Ich hoffe gerne an deine Musik. Super! Hättest du meine Kamera viel früher machen sollen? Dann war ich noch nicht auf der Welt. Noch nicht? 68? Nein. Ich war in den Jahren 92. Oh, yes! Da war ich schon lange unterwegs. Bist du auch ein Sittenfan? Soll ich jetzt ehrlich sein? Ich bin richtig stolz, dass FC Sita wieder im Köpffinale ist. Aber Fussballfan bin ich nicht so. Und FC Sita nicht unbedingt hundertprozentig. Ich bin eher Fan von FC Bayern München. Weil ich dich alle zusammen kenne. Weil ich auch hier schon 2-3 Mal gespielt habe mit denen. Und dem FC Oberwallis noch? Ja, das muss ich fast. Das ist ja wie ein Bruder der Sekretär. Nein, FC Oberwallis, ja. Allerdings, sie haben noch nie einen Match gelugt vom FC Oberwallis. Ich habe ihn nicht. Auch nicht? Ja, dann. Aber FC Sita bist du gelungen? Nein. Auch noch nie? Der Stress ist gegangen. Ja. 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 Ja.